Wie lange ist der Team? Ich glaube, eine Stunde. So, diesmal wird drohen Martre, Maxim und möglicherweise Pukki, wenn er sich hier irgendwann auch hinbewegen will. Is he able to move? Gerade ist er noch ein bisschen faul. Aber er hat mir geschrieben, kann ich mitmachen? Sieht ja Giga-Free aus, nur Offense, of course. Bin ich ja mal gespannt. Giga-Free. Oh. 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 Oh, oh. Witzig, dass Riot-Programm... Oh. Oh. Oh, oh. Ich weiß, wen er gesehen hat. Er hat nur den ganzen her gesehen. Keine Konkurrenz. Geil. Oh. 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 Scheiße. Aha. Machst du hier Meta-Abuse-Rager, oder ist es einfach nur, weil du mal wieder einen Rekursivbogen gesehen hast und das Wasser nur zusammenläuft? Meinst du mich? Ja. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Oh. Erstens, 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 es war, es ist eine Katastrophe. Moin, moin. Moin, moin sein. Okay, erstmal Minus 2000. Minus 12.000. Dann stell mal einen, ne? Alter, wie man OBS einfach alles rot anzeigt, ey. Du hast einfach schon bei Minus 6 gestartet bei mir. Und trotzdem getötet. It's insane. Ja. Nein, Maxim kriegt auch keine Items, gefällt mir. Wie sieht es bei Johnny aus? Natürlich keine. Auch Johnny hat einen Eid, doch. Selbstverständlich. Mein eines Item kriege ich jede Runde. Das ist, aber das vermehrt sich dann nicht mehr, weißt du? Das wird sterilisiert, sobald es da ist. Aber ich muss wieder ganz viel Redemption bauen. So, ich muss kurz pissen. Er muss kurz aufs Klo, ne? Um das hier mal jugendfrei zu übersetzen. Ja, Brücke, ne? Wie geht's dir? Ganz gut. Ich werde euch mal eine Combo zeigen, mit der ich eigentlich immer gewinne. Hm, klar. Ausverzeihung aber jetzt nicht. Ah, Mann. Aber sonst klappt das immer. Nee, wird auch jetzt reichen. Keine Angst. Ja, klar. Also, wie ihr spielt, ne? Kannst du dich schon mal ein paar Ausreden vorbereiten, ne? Das ist wie bei Dota Auto Chess. Dann ist er auf einmal Night 3 und beschwert sich. Warte, was rankt ab, du. Wie gesagt, ne? Die Wette, Wetteinsatz kann ruhig hochgehen. Die Sache, die du unterschätzt, ist die Zeit. Du arbeitest ja legit. Ja, aber ich kann das zu meiner Arbeit machen, wenn mir das wichtig genug ist, ne? Ich kann morgens aufstehen, zocken, abends ins Bett gehen. Ohne Probleme. Ja, ist was Wahres dran. Am Endeffekt überholt Maxima für uns beide. Und dann ist es auch egal, wer gewonnen hat. Google sagt mir gerade morgens, es ist 10 Grad Kälte in Berlin. Das ist einfach die schönste Nachricht des Tages. Hallo da. So, Jora, du bist Abfall. Wobei, du warst. Jora ist halt wirklich Abfall. So ihr einziger Purpose ist Nobel geben. Ja, das wäre der Punkt, den ich jetzt gerade bereue. So, oha. Oh, oh. Ich glaube, ich disarme hier gleich ein paar Leute. Ja gut, dann tut es mir leid. Oh no. Das ist so, tut so weh. Gut, so weh. Your face is powerless against me. Okay. Rapid Fire oder Rage Blade? Ähm, ich würde Disarm Item nehmen. Ist halt beides gut, ne? Ich bin gerade so schön safe. Ah, das wird hier schon. Hab ja ein gutes Gefühl, Jungs. Aber Rapid Fire ist mehr consistent. Ja, das ist auf jeden Fall ein Wild Boy. Kase, ich, das war doch mal auf. Um auf zu leben. Ah, das sieht schon sehr gut aus. Und von hier aufwärts. Ich meine, im Late Game ist Rage Blade besser. Aber im Late Game ist Rapid Fire besser, Leute. Im Late Game hinten in der Ecke stehen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Ja, du ist. Fucking Noble Buff, oder was? 2S Noble Buff. 2S. 2S. Die Frage ist, wenn die 10 Sekunden reichen, ne? Ja, wir werden beide damit kriegen. Kommt drauf an, ob der Darius nochmal ultet, oder? Ja, aber der ultet macht ja nichts. Ja, aber er heizt sich, ja. Warte, ist das dann? Ist das ein Losing-Winning-Strength? Beide lose, glaube ich. Ne, 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 du hältst Winning-Strengths damit. Wirklich? Ja. Echt? Safe. Oh, je, je. Das wäre mir jetzt erst ein bisschen sympathisch, ja. Nehmen wir auch noch mit, ne? Einfach, um Maxim zu ärgern. Immer die Tristaners mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich gehe diesmal auf Vayne, Leute. Ja, ja. Das kann er sagen, aber das kann er nicht machen. Das Herz steht im Weg. Das Herz. Komischen Assassins, die auf meine Vayne springen. Fällt mir. EO West geht wieder. Das ist, glaube ich, eine Nachricht, die ich einfach jede 5 Minuten lese. EO West geht. Oh, es ist wieder kaputt. Oh, es geht. Oh, es ist wieder kaputt. Jetzt spiele ich zweimal gegen den Gleichen. Ich verstehe echt nicht. In Film, TH und Rageblade. Hallo, wie geht's dir? Sehr sympathisch. Ja, wie geht's dir? Alter, was ist mit dir? Alles in Ordnung? Oh mein Gott. Es gibt halt Leute, die können dieses Spiel, Brücki. Und dann gibt's Menschen wie dich. Also, hier ist schon mal das Fundair gemacht. Platz 1 ich. Platz, äh, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. 8 Brücken. Erstes Karussell, ne? Weiß also nicht, wie viele Plätze das sind. Ja, das war der Joke. Ich weiß nicht, was da los. Na gut, dann müssen wir jetzt Meta spielen, Leute. Alter, ich find das so disgusting. Was genau? Ne, da kam jetzt auch. Das sind die Items, Alter. Ich dachte jetzt Meta, oder was? Die Items regen mich so auf, wenn ich das schon seh. Nicht ganz wütend. Ja, geteilt, geteilt. Skill und dann gibt's halt dich. So, was haben wir denn hier? Oh no. Nobel Waffe. Ja, aber du hast leider den Kasadin, der meinen einzigen, meine einzigen gute Einheit traint. Ich hab Kisiden. Oh, Darius muss ulten. Oh, ja. Ne, in der Animation. Wenn er das durchbekommen, hätte er dir eigentlich ein Problem gehabt, gell? Ne, für ihn ist halt einfach nur geboostet. Traumhaft. Weißt du, was geboostet ist? Ja, er kriegt das Dotfeld zum allererstesten Mal in seinem Leben durch. Ja, dann ist Lost. Außer wir haben jetzt nochmal ne Epic Ult. Ich meine, den könnte ich noch nehmen. Ja, den nimmst du wahrscheinlich auch noch, oder? Bei solchen Battles, muss man sagen, ist halt wirklich Rageblade besser, weil die wär jetzt schon so hot. Hot gelaufen. Hot. Hot gelaufen. So, jetzt bin ich leider in der letzten Rotation. Also, Chain Rests. Oder. Ah, das sieht doch alles gut aus. Alles, was übrig bleibt, wird klasse. Puh. Ist das ne Lüge? Ja, das ist ne Lüge. Natürlich ist das ne Lüge. Warte mal, ich hab nicht mal nen BF zu sehen. Nein, nicht den Lucien. Den hätt ich auch gern gehabt, aber. Ihr seid ja so, Idiots. Ja, jetzt kann ich gleich noch einem nimmtes Arme item geben. Ich freu mich drauf. Ach man, jetzt ist alle, jede einzelne gute Einheit gone. Das war ja nicht so witzig, ne? Einmal schreibt, ey, EU geht wieder. Dann sagen alle Poggers, ich geh rein. Und dann folgt nur noch 10k. 15k, 15k, 14k. Dann werden einfach nur noch Platzierungen gepostet. Die sind alles schlimm. Ja. Hell, it's about time. Kaufe ich jetzt die Tristana, ist das die Frage. Als ob du dem widerstehen könntest. Was ist das für ne Frage? Oh, Pucki. Alles klar bei dir? Ja, ist ja gut. Du hast Items. Ich geh für United to Rangers. Das hab ich nur erfunden. Das hat noch nie jemand gefühlt. Das ist jünger geworden. Ich werd einfach gewinnen. Ja? Dann kommt das Mitgame. Ja, das ist ja auch wirklich stark. Aber das klang als hättest du was Neues hier. Wird er fürs Karussell vorbereitet, oder? Du hast einfach noch Knöpchen, ey. Frag mich, ob Ash schon mal jemanden so krass betäubt hat. Scheiß Arzt rufen müssen. Naja, was ist mit ihr? Das ist mir eine Aussage. Alter, wer ist denn? Ich geb dir mal Mühe. Ich gewinn gerade immer nur so ganz knapp und ganz glücklich, weil das ist nicht gut. Weil das ist nicht gut. Jetzt sieht es so aus, als wäre ich guter, weil eigentlich sind meine Einheiten alle trash. Und es zeigt. Ich wurde von deiner Mutter gebrochen. Dein Humor ist sehr simpel. Wenn du stinkst nach Scheiße. Du bist Level 1 und einfach gepostet. So, ich bin jetzt glatial. Glatial. Time to freeze them into oblivion. Wenn so ein Kha'Zix versucht, eine Lidlity zu kehren, die Nobel hat und sie einfach mehr sich heilt, als er Damage macht. Assassin in Prime. Fiora ist für meine Seju einfach nur ein Mana-Spender. Einfach null Damage. Alter, der hat einfach den Spatula komplett übertrieben, sehe ich gerade. Ja. Aber er darf sich einfach nicht bewegen. Das ist leider trotzdem. Einfach gelamed. Wieder. Das ist der epic Battle, Leute. The Tween. Alter, wenn du jetzt nicht bald dazukommst. Ah, Triple Z. Holy shit. Lulu, du musst gehen. Tschüss, Lulu. Habt ihr den ganzen Vans weggekauft? Aber was ist hier los? Ja. Ich hab auch nur zwei. Richtig frech, ey. Oh nee, der ist, der ist, ich würde gerne drei Assassins gehen, aber er ist halt so scheiße. Der Ringer. Ja, das ist unfassbar. Er ist so, wie man nur so kacke sein kann. Das ist einfach. Oh, Seju, wo ulltest du hin? Der ist tot. Alter, der Bein hat die Bohle außerhalb der Map geworfen. Kein Item bekommen, gibt's ja nicht. Ich auch nicht. Dafür sammelt Maxim garantiert wieder. Ah, doch, doch. Ich kann noch eines des Armen. Alter, ich heule. Bei Polka liegt auch einiges parat. Ja, sorry, Mr. Riker. Ich hab auch kein Item gekriegt. Ich seh, ich seh das jetzt erst, das ist grad ne Item-Round. Alter, was ist mit denen? Jetzt krieg ich einfach wieder nen Draven. Ich krieg den 500. Draven, Leute. Aber was mach ich? Ich kauf ihn erst mal. Um ganz sicher zu sein. Und hier bestrabe ich grad, was ich hier mache. Too much Level 2, ihr Units, Leute. Hallo. Oh, nee. Gumatra. Ja, guck mal, guck mal, mein Item, also ich bin lost. Nichts Level bist denn du? Ja, wieso, ich, ich, also ich plädiere jetzt wirklich dafür. Wenn jemand hier zu viel AP verloren hat, dann sollte er mir alle seine Items geben. Dann würde ich jetzt Gumatras Bank ausrauben. Aber, fair wäre das trotzdem nicht. Das wäre, ich wollte grad sagen, bringen würde dir das absolut gar nichts. Boah, Alter, es ist so warm in meiner Wohnung. Ich sterbe einfach nebenbei. Okay, guck euch, guck euch einfach meine Bank an, Leute. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit deinem Leben anfangen soll. Das ist einfach nur, what am I doing? Alle meine Items sind einfach 11k. Verkauf jetzt die Wellen, die stinkt nach Kot, Alter. Perfekt, wollte ich gerade vorschlagen, verkauf einfach die Wellen. Okay, da kannst du dich aber sofort mal anschließen, oder? Ich meine, da würde er eh nicht mehr. Das stinkt einfach nach verschissener Scheiße. Maxine, was geht ab mal? Oh mein Gott, das ist mir nicht so trash. Boah, ich springe in die Backline. Kann er das bitte nicht machen? Draven spielt einfach selbst Karussell, ja. Guys, guys, where are you? Last man standing. Ich wollte fragen, ob du ein paar Level 2er-Jungen hast. Ich war noch nie so planlos in dem Game, was ich machen soll. Sch��el, wenn ich das nicht so krank bin. Ich werde es nicht schwarz. Ich werde es nicht so planlos in dem Game, was ich hier zu Hause. Fahne mich jetzt so schnell. Geig, schau mal. Okay, wir müssen jetzt committen, Leute. Das, was mich im Leben verwarnen bringt, ist einfach nur ein brutales Commitment. Okay. Das wird leider reichen gegen mich, denke ich. Weiß ich nicht. Nee, Seju ist ganz schön müde. Alter, der Arrow. Ja, Seju, bleib so, wie du bist. Kind, was ist mit dir? Was ist denn bei Seju los? Oh, boah. Alter, der Darius, wie er sie einfach vorbeisneakt. Zu den Garrys. Hallo. Welcher, Darius? Das ist ja kein Schaden, muss ich sagen, ne? Ich mach 27 Schaden. Ja, ich mach 27 Schaden. Witzig ist, Kasselin kriegt doch nur 7. Wir sind beide Loser. Ja, GG. Oder beide Gewinner, je nachdem. Ja, ich glaub, wir wissen alle, was die Antwort ist. Alles Gewinner. Alles Gewinner. Nee, oder? Das ist nicht so im Ernst. Da ist doch noch einer. Ja, nee, ich nehm jetzt die Vein hier. Ich brauche Tech Speed. So, okay, wir spielen jetzt Permafreeze, Ash. Okay? Das Motto ist, don't fucking move. Wir machen zwar null Damage, aber wir gehen aufs Unentschieden. Wow. Wenn wir immer beide leiden. Ich hätt echt gern die Leona gehabt. None can hide though many try. Das Blade, das die Rage-Room einleitet. Den Rage-Quit. Ich bin so arm, ey. Lass mich jetzt einfach mal gewinnen. Alter, ist das... Oh, ich dachte schon. Wenn diese Guardian-Animationen kommen, denke ich, okay, die sind alle OP. So, Ash, es wird Zeit. Du musst jetzt richtig viel Arrows abfeuern. Oh, nice. They were actually pretty good. Sichwani, du... Alter, Kindred, du bist halt wirklich das geboosteste Stück Scheiße ever. Die ultet und dann geht sie eine Sekunde später raus. Oh, no. Oh, Ash ist verlässlich. Ich mag ich. Well played. Das ist jetzt schwer. Schwer reimt sich auf Bär. So viel Gold habt ihr alle so. Johnny ist wahrscheinlich nur bei 50, ne? Johnny ist ein armer Schlucker. Hier ist einfach auf Windstreak. Das ist Todes, Alter. Der drunter auch, okay. Ich hab zwei. Ich hab auch zwei. Zwei und fast Elemente. Romata. Also, zwei Gold. Oh, man. Oh, wow. Wenigstens musst du ein bisschen mit dem... Musst du wenigstens campen? Nein, du musst gar nicht campen. Doch ein bisschen mehr als das letzte Mal. Bisschen mehr als das letzte Mal. Das take ich. Alter, ich hab Warwick in der Luft gefreezed. Ey, warte mal. Ein bisschen mehr campen. Ja, also warte mal. Immer mit der Ruhe. Ja, ja. Wir machen auch fünf Einheiten mehr auf dem Feld, als ich. Aber ich hab mich jetzt trotzdem kurz verunsichert hier. Warum lebt da noch etwas? So, jetzt, Ash. Es wird Zeit. Freeze. Ah, du bist dumm. Aber die ist doch Level 3. Du bist Level 1. Was ist das Schlimme an Ash? Man kriegt sie echt spät hochgelevelt. Man könnte schon fast sagen, dass sie nicht spät. Ah, ich hasse mein Leben, Alter. Scheiße, ist das anstrengend. Es kam ein bisschen delayed. Okay, das ist wieder so eine, das ist wieder so eine Frage, überlebe ich das? Ich brauche jetzt Items. Ich brauche ein Item. Gib mir Items. Do it. Bitte. Bitte, 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 bitte. So, ich brauche jetzt, was brauche ich denn überhaupt? Eigentlich müssen da quasi keine Items rauskommen, sondern es steht schon an. Ich brauche jetzt nicht mit, Alter. Oh, immer ein guter Vorschlag. Ja. Oh, du machst halt null Schaden, Ash. Kindred. 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 Oh, du bist ge... Oh. Oh, ja. Light. Oh mein Gott, ich habe echt noch zwei Items rausbekommen und verloren. Loy. Omega Loy, Alter. So. Das heißt, du wirst erst mal ein bisschen mehr Tinky sein, du dumme Bitch. Okay, ja, immer mit der Ruhe. Das muss so sein, ey. Ich brauche sie mal an. Diese kleine Bombe. So, was reimt sich auf ziemlich schwer? Richtig, Voli-Bär. Alter. Es geht los. Konzentrier dich jetzt. Oh mein Gott, Alter. Nein, 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 nicht alle Trash. Ich bin Trash. Ich mache halt null Damage. Au. Meine Ash macht 37 Schaden, die ist verbuggt. Meine Ash macht 14 Schaden. Die hat in den Raum reingeschossen. 14. Na gut. Das ist mit ihr. Ich muss jetzt hier eine Van kaufen, damit ich die Ash habe. Oh, Maxim ist auch gleich raus. Ja, ich habe hier keine Unity, die Schaden programmiert hat. Programmiert hat. So, ich muss jetzt hier rollen. Ist dieser Draven schon wieder? Nehmen wir alle reden. So. Okay. Ich brauche zwingend Ash. Nein, brauchst du nicht. Maxine. Hör auf. Hi. Ash macht 46 Schaden. No. Ash, Ash, Arrow ist das, dass das tötet. Ja, und zwar mich. Mich tötet. Alter, was ist das? Ich fand, ich bin gegen eine Ash, die hat einfach BT, Infinity Edge und Raid played. Hallo. Das ist meine. Okay, das wird's. Gangplank, ich weiß, ich mag dich, aber jetzt über drei Mal nicht. Er deckt sich ja, du bist in Not. Da kommt man in die Ecke. Ich mache jetzt fünf Glacials, Leute. Was ist denn der sechste Glacial? Lissandra, Anivia. Ist das hier? Ich habe, spiele ich jetzt jeder von uns Glacials? Ja, scheinbar. Zumindest wir drei. Oh, das ist so scheiße. Das ist doch schon wieder Müll. Warte mal, warum ist der denn, warum hat der denn sieben Units? Oh. Warum ist da ein Pyke in meiner Ash? Oh, er ist dumm. Sehr gut. Ich mache halt keinen Damage. Wirkliches Frontline ist nicht zu krank hier. Also meine Utilien... Oh, hör auf, Warwick. Hör auf, sie anzuspringen. Oh, sehr guter Freeze. Sehr guter Ult. Pyke. Alter, du bist ein Sohn einer ganz schlimmen Frau. Ich bin jetzt aber vielleicht raus. Vielleicht macht das keine Damage, um mich zu finischen. Ja. Warte mehr, natürlich. Oh. Nee, musst du entleert tun. Alles gut. Ja, sehr gut. Geil. Leute, wenn es nur Anivia ist, dann habe ich ein richtiges Problem. So, was haben wir denn hier? Ich habe verloren. Hier gibt es nichts mehr, was mich retten kann. Gibt nichts, was mich noch retten kann. Oder? Habe ich jetzt verkackt? Nee, dann ist es jetzt nicht zu spät, oder? Ich muss jetzt hier die Dings nehmen. Weil ich glaube, Kindred habe ich doch dreimal, oder? So. Kindred habe ich doch dreimal. Du hör mal. Mein Leben kam weg, Alter. Ich hoffe, wir sind immer noch ein bisschen auf ein 100% win. Wie bist du denn auf 100% noch? Was fährst du für Line-Up? Hallo. Ich bin daran, wenn man zwei OP-Items aus der Runde bekommt. Ach, Shapeshifter habe ich noch nie gesehen. Auch sehr innovativ. Das ist gar nicht Shapeshifter, Idiot. Oh yeah. Ich hätte gern Shapeshifter. Mein Gehirn wird hier geschiftet. Das ist einfach... Was, was, was? Letztlich schaue ich mir noch raus. Sehr gut. Okay, sechster Gläscher. Wenn das jetzt nicht das Comeback ist, dann gibt es keins. Oh, hier geht jemand. Oh. Da sie uns hart auf den Unentschieden, bitte? Auf Unentschieden wäre nicht gut. Aber ich habe einen Nivea, die macht Damage. Oh, Alter. Seht du, du kannst ulten, du hast 100 Mana. So funktioniert das Spiel, by the way. So. Alter, die sind alle gelähmt, na? Alter, der hat so krass draufgehauen. Wir sind jetzt auch raus. Wir verlieren beide. Anivea, jetzt mach doch mal mit, das ist keine Freizeit. Aber ich bin raus. Ne, ich habe noch einen. Nein. Scheiße, keep watching. Das ist aber null Damage, Leute. Damage, Damage, nein. Oh, Ash dreimal. Jetzt bin ich drin. Ja, weißt du, wieso du Ash dreimal gekriegt hast? Weil ich gerade gestorben bin. Nein, ich stirb öfter. Das ist gut. Oh Mann, du solltest auch ein paar Sejus, wenn du zum Hammer rollst, dann solltest du auch den, die ein oder andere Seju finden. Ah. Kenan hatte ich auch auf Level 2. Also Kenan so. Ja, nee, Kenan muss raus. Ah, da kommt er natürlich wieder, der Schmock. So. Oh, Seju 1. Oh, ich bin Gott. Jetzt geht's los. Seju, du machst jetzt alles, was ich sage. Hab ich sehr gerne gemacht für dich. Danke, danke dir. Dein Tod hat die Sperrformation, Leute. Aber warum habe ich denn keine von den Elfs bekommen? Nee, jetzt ging Maxim. Eie, ah, das ist natürlich jetzt gerade unabhängig. Wieso Maxim? Ach so, das ist ein, bin ich jetzt als Bot. Ja, ja, dann. So, Leute. Der Glacier 6er Comeback. Ist alles kalt. I freeze. Wenn du halt, wenn du halt vor mir gestorben wärst, dann wäre ich jetzt du. Das ist dir bewusst, oder? Oh, aber ich bin zum Glück nicht du, ey. Los, ey. So viele Pfeile kannst du in deinen Küscher gar nicht reinpacken, Alter. Tchuch, tchuch, tchuch. Guck mal ihre Arme, ey. Guck mal ihre Arme an. Alter, ich verliere das wegen der Zeit schon wieder, ne? Nein, hä? Bist du dumm? Du hast noch 10 Sekunden gehabt. Ich hoffe, dass ich 15 Sekunden schon gekämpft habe, weil das nicht gut ist. So, oha. Okay, okay. Time to get some items on my ass. My ass. Wom keine Guardian kommt, weil ich leben wollte, Leute. Deswegen. Wom keine Guardian kommt, ey. So dumm ist, frage ich dich. Das ist einfach Glacier sofort aufgelöst. Ich kriege ja einfach 15% höhere Chance. Das ist jeder zwei der Autotech. Ah, Wild Shapeshifter Glacier. Das ist so die innovativste Kompo, die ich hier gesehen habe. Das ist nicht mal Shapeshifter, das sind nur zwei. Könnt ihr nicht zählen, oder was? Dann ist ja nicht nur nicht innovativ, sondern auch noch schlecht. Ja, das ist ja das Pau-Problem. Ich habe einfach nur hart geforst. Boom. BF. Was geht los, Leute? Wen gebe ich dir das scheiß BF? Ash hat schon einen Bogen zu viel. Trainer. Static. Ash ist doch Zeit für Blitze, die die Leute einfrieren. Du Bitch. So, oben liegt die klassische Sieg-Secherani. Ah, shit. Here we go again. So. Okay, ich bin drin, Leute. Level 3. Merkt euch den River Sprite da unten. Der wird jetzt richtig hochklemmen. Okay, okay, Leute. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Eco aufbauen. Falls der Maxim da wirklich nochmal wiederkommt, darf man noch was haben. Geht los, Leute. Geht los. Prepare. Praising. Röki, bist du bereit? I am prepared. Na, aber ich wollte aufpassen. Die Seju. Oh, du hast auch eine Seju, ne? Scheiße. Aber meine war schneller. Freeze. Ich habe jetzt einen Ash Level 2, aber sie hat sehr viel HP verloren, weil du ein Phantom-Krieger bist. Oh Gott, deine Seju. Oh Gott, deine Seju. Oh Gott, deine Seju. Oh, Kind, du Dold. Wir sind alle gefreezed, wenn ich gerade. Es passiert ja eh nichts. So, deine Kindheit ist komplett drunk, by the way. Die würde ich super reporten. Ash. Ash. Danke, Bro. Oh Gott. Das war's, Bröki. Das Comeback ist realer Natur. So, jetzt brauche ich nur noch einen Elementargeist. Und dann ist es durch. So, das wird gut, Leute. Hat denn wer von euch Garen? Ist ein Garen noch im Pool? Ach so, ich habe gerade einen Garen vorgeschlagen bekommen. Soll ich den mal nehmen? Ja, nein. Finde ich eine gute Idee. Danke dir. Also eigentlich hat keiner einen Garen auf dem Board. Nicht eine einzige Person. Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Fog gesehen habt. Aber ich habe hier sehr klare Fenster und das Licht an. Und es sind eine Milliarde Insekten. Oh, Bröki. Ja, moin. Der Bart dann für mich war. Was geht bei dir so? Nee, ich bin nicht mehr so. Den haben wir vorhin schon besiegt, ne? Wir haben alle keine Casa-Dienste. Das rettet mir den Ehes. Warte, Error. Ey, Error sagt schon. Ey, ich hatte immer den 70. Error in den Warweg eingeschossen, ey. Wayne ist zu uns los. Guck dir mal an, was er in dem Wayne macht. Warte mal. Ey, ich kick jetzt einen. Ja, ich bin ja gar nicht stark, ne? Bröki hat mich gerade einfach von meinem 100%-Win verdonnert. Ja, moin. So, ich habe einen gekickt, Leute. Ab jetzt kriege ich Elo. So, aber kriegt ihr Elo, ist die Frage. Wo ist der scheiß Brand? Oh, ja, warte mal. Wenn ich jetzt die Runde überlebe, dann sind wir noch mal am Karussell und wisst ihr, wer da zuerst dran ist? Der beste Spieler. Nicht, wenn du jetzt gegen den nächsten Kraushaupt gewinnst. Ja gut, wenn ich Brökel kicke, bin ich auch zufrieden. Hat ja den gleichen Effekt. Ich bin trotzdem früher dran. Wenn du noch 1 HP runterhaust? Nee, ich glaube, wir haben jetzt hier einen neuen Sheriff in Town. Ich habe nämlich auch zu meiner Combo fertig. Du hast auch der Combo fertig? Ja, der Garen 3 ist gerade. Oh, aber du hast kein Kaselin, ist alles gut. Weiß ich nicht, ob da alles gut ist. Oh, no. So, jetzt ein kleines Schuh, sehr gutes Ding. Was macht denn der Garen da oben? Der soll mal seine Fraser halten. Wenn ein Menace Hill den Donner holten will, wegflasst er. Aber auch nicht auf Braum. Alter, was ist mit Kindred? Was ist mit Kindred? Okay, der Random ist aber noch relativ schwach. Boah, ich habe die Ash getötet. Durch meine Ash-Tötungs-Moves. Der Garen kann sich nicht bewegen, ne? Der ist halt quergelehnt. Guck mal, wie viele Pfeile in dem drinstecken. Der ist einfach ein Mad-Igel. Tchuu, tchuu. Rögi, was ist los hier? Oh, mein Gott. Die Ash ist bereit, die Ash. Die ist bereit, um rauszuholen. So. Da geht noch mehr. Was mache ich denn jetzt? Und ich darf als erstes ran. Ja, ich habe ja nur Abfall hier. Er wird nicht gut. Ja, so, Spann-Dudar. Hallo. I mean, ja, wegnehmen, ne? I guess. Nehmen wir den Spassiiler weg. Oh, wie er keine Unip bekommen hat. So. Okay. Oli ist jetzt. Muss auf den... Krieg kein Brand. Okay. Okay, wie viel ist 12 plus 12? Nicht genug, scheiße. Ja. Okay. Fast Element. Wenn wir Elemente haben, dann bin ich ready. Leute. Johnny. Grüß dich. Oh, Brücki, nee. Das ging eben gar nicht... Ist das stärker geworden das letzte Mal? Nein, na? Kennen wir nicht. Das ist einfach mit Fancym und ein Hit mein Chogart gekillt. Da bin ich nicht stärker geworden. Kindred, du musst jetzt doch mal deinen Unterhalt verdienen, indem du arbeitest. Dankeschön. Weil deine Ash ist so OP. Meine Ash ist richtig am Rollen. Oh, der Knock-Up. Scheißegal. Ja, der Baum tankt alles. Oh, die Ash freest alles. Und der ist jetzt nur noch gestunnt. Der bewegt sich keine Sekunde mehr. Der bewegt sich bis morgen nicht mehr, du. Boom. Einzige Movement ist, wie er einfach nach hinten fliegt. Durch den Ash-Pfeil des Todes. Oh, no. So, wie viel ist 34? Ich muss ganz viel. So, yeah, it's nice. Okay. Full Build. Hey, 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 hey. Uff. Hast du Demon Buff auch? Nee, oder? Du hast das nur... Ja, Demon Buff kann Leute gleich den installieren. Hm. Hm. So. Kacke. Machen wir mal so hier, glaube ich. Okay, es geht los. Leute. Quick, mach. Wir sind schon... Ach nee, warte, wir sind Brügge töten. Brügge ist tight. Warte, Maxim dodge und ich bin fein. Perfekt. Nein, nein, nein. Ich hoffe, ich bin fein. Oh, Johnny. Oh, nee, Maxim. Das muss jetzt gar nicht sein. Oh, nee, was? Da ist Daisy Yoga. Das ist Daisy Staub. Wie kommst du denn auf? Oh, nein, C2, nein. Oh, die Koga-Dulti. Die Koga-Dulti, mate. Aber Ash, du musst dich warm schießen. Du musst dich warm schießen durch warme Schüsse. Alter, die Alivea-Ultz sieht ganz schön gut aus. Oh, ja, aus der Kidward-Ult raus. Ja, aber der Nah ist geboostet. Der hat die Ash nicht getroffen. Ist egal, aus der Kidward-Ult raus. Du stirbst einfach. Oh, Ash war geasht. Ich habe dich mit deinen eigenen Waffen zerlegt. Oh, ich hätte euch alle besiegt. Aber die Seju-Ultz einfach terrible. Die ist schlecht von dir. Alter, ich hätte sie fünfmal besiegt. Aber Seju hat einfach wirklich ... Du hast ja voll verloren. Die hat 100 Mana. Nee. Und dann hat sie aber nicht geuldet. Du hast einfach verloren, Maxim. Das war ja richtig, das war ja grauenvoll. Aber besser als Platz sechs, das ist gut. Ja, Brücki, ne? Ich habe gewonnen. Die letzten zwei Mal hast du gewonnen, ja. Ich bin tatsächlich auf Limit, ne? Ich habe genau ein Gold. Ich finde, wir sollten uns das nächste Mal absprechen, by the way. Kennen die nicht alle gleich schicken. Aber jetzt werden so viele Ashs frei. Also ich freue mich richtig. Ich habe die Ash Level 2 kam leider erst bei drei HP. Das war auch too late. Ja, der wird sich auf jeden Fall bis zum Tempo nicht bewegen, nur. Aber der hat einfach trotzdem noch eine Unit gekillt, ne? Kennt er gar nichts. Ich finde, diese drei Tanks, die Brücker sind halt insane, Alter. Das ist halt ... Ich sterbe alle, weil es aber noch eine Vein, ne? Wenn nicht alle auf die Vein, also wenn nicht alle auf Ranger gehen. Egal. Der Brücki spielt echt auf Schwert, der hat Sword auf die Vein geholt. Ist das tatsächlich da oder was? Das ist das mit Abstand. Ich meine, du setzt ja darauf, dass das Game lange geht. Dann ist es vielleicht fast sogar schon gut. Aber wir werden mal gucken, ob es triggert. Weil wenn es triggert, ist es lächerlich insane. Wenn es nichts macht, ist es einfach nur 20 AD. Ich darf jetzt die Runden einfach nicht so hoch verlieren. Und dann out-eco ich dich einfach langsam aber sicher raus. Nee, es kommt noch der Wann. Wenn es eine 10 schon ultet, hast du verloren. Ja, ja. Und dir steht so, als würde die Ulten wollen. Nee, genau. Das hat mir auch passiert. Wirklich, 100 Mana und dann ist er gelähmt. Oh, yes. Das ist gerade jemand wohl zu weit nach vorne aufgestellt. Mir ist genau das Gleiche passiert. Ja, noch hast du nicht gewonnen, Kollege, ne? Ja, ja, aber ich verliere schon mal nicht hart. Du verlierst schon mal nicht hart. Sehen wir gleich ein Board, oder? Ja, warte mal. Das verdient Johnny, by the way. Du, wenn du so ein Seju-Freeze-Glück hast mit zweieinhalb Glacials. Aber wir sind doch noch Kindle-Zwei geworden bei euch, oder nicht? Ja, ja, ich habe richtig. Könnte ich die gerne haben. Das wäre super. Sie sehen doch, dass du so ein Eingold-Hühnchen hast. Das ist jetzt nicht so viel. Johnny hat gar... Nee, Johnny hat drei. Okay. Aber Johnny hat doch einen Scheiß-Comp, so. Krass, dass das Bröki mit sechs Units gegen Johnny's acht Units gewinnt. Das war ein Kratzer-Comp ist so P, ihr. Das ist einfach nice. Ja, du musst aber auch erstmal hier Regul-Darius und Mordekaiser spielen. Das kriegst aber immer, weil die Leute verkaufen die Dinge ja auch wieder. Ja. Du nimmst ja den Tanks noch am Anfang und dann sieht er scheiß, wenn ich auf Level 3 hause. Aber auf Level 3 sind die richtig geil wieder. Kein, Johnny hat so instant verloren, wenn Seju ultet. Na, das war's. Tschüss. Jetzt ist es halt... Was auf Mordekaiser schreddert da jetzt da rein und trifft drei Mann. Boom. Na, ist einfach over. Und Na sagt sich, Leute, ich hab richtig Bock auf Tennis. Ist wieder okay, glaube ich sogar. Das nennst du... Oh, Sword of Steel hat geprockt. Hast du gesehen? Oh, wait. Da gibt es Animationen zu? Ich dachte, das ist einfach so ein Passive-Ding. Nee, das ist überhaupt nicht. Das Ding ist Passive einfach schlecht. So, das ist es. Aber ihr kriegt die Kindred nicht. Ich seh nur die ganze Zeit, die es aufblinkt. Pling, pling. Wenn man stirbt, sind die Einheiten daraus ins Spiel. Nee, nee, die Einheiten kommen alle wieder rein. Vayne 3. Ist das schön, wenn Leute sterben, die deine Comp haben? Dann kriegst du die ganzen Units wieder. Also, dass die Wahrscheinlichkeit hört, dass du sie rollst. Wie einfach die Kindreds fortet, damit die Bröki sie nicht bekommen, ist auch gut. So, du holst den C, Ju. Nee, nein. Sugar hat 1 HP, ihr Lein. Oh, mir. Jetzt wird es schwer. Oh, das Redemption hat ihn getötet. Ja, das Redemption hat ihn getötet. Oh, ne Scheiße. Aber Vayne 3. Aber Vayne hat Bock. Ja, und der Daraus macht schon ein Karussell schon, bevor das Karussell eigentlich losgeht. Schön. Ich glaube, du bist tot, Bröki. Das könnte eventuell... Nein! Schön. Keiner hat er noch. Wir sagen mal, erster im Karussell oder so. Jetzt sind jetzt beide gleichzeitig dran. Also seid ihr ein dummes Game. Macht jetzt zweimal Sword of Divine. Nice troll. Hey, mach das. Scheiße. Hast du den eben schon noch verloren? Ich glaube, es ist echt. Ich glaube schon, ne? Weißt du, hey, jetzt... Ich meine, du kriegst halt wenigstens den Tick-Speed. Das, was du hier willst, ist ja den Pfeil und die Old. Hallo, Kamera. Was ist jetzt hier mit solchen Anivia-Stufe 1 einfach so reinlegen oder was? Das ist ja terrible. Er ist ein Clay-Shill-Junge. Nee, kann ich nicht machen, ey. Du hast sie einfach getötet. Pack noch ne Ash ein. Ash? Na, die Ash ist, glaube ich, ein bisschen nutzlos. Ey, wenn du nichts reinpackst, bist du ein Idiot. So, sehr gut. Aber da vorne ist sie auf jeden Fall gut aufgehoben. Oh Mann, vielleicht fokussiert sie ja diesmal direkt in den Kogat. Ja, der Kogat wird die nicht hochwerfen. Aber so, der frisst die jetzt. Oh, ist eine schöne Sage-Old. Okay, das kannst du wieder gewinnen. Boah, jetzt auch noch der Redemption da. Alter, der Garen da vorne. Alter. Alter, der Chogat. Alter, mein Warwick macht richtig Work. Nee, überhaupt kein Work. Er hat einfach nur ne Level-1-Unit ge... Keine Ahnung. Ist egal. Angefasst. Oh, Sword of the Nine hat getriggert. Oh, 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 die Nummer 1. Oh mein Gott. Ah. Die Vane war's am Ende. Ja, da kannst du dich schon mal drauf einstellen, ne. Wenn Rank rauskommt, Leute, ne. Denkt dran, Röcki. An diesem Moment werden wir zurückdenken, ne. Du unterschätzt die Zeit, mein Freund. Ja. Das ist so, ihr seid einfach beide. Aber Brain ist einfach drüber. Das ist so, ihr seid einfach. Ja, tai Drink schmeckt. Ich binbound rickebig. Ich bin metaphor ganz Clarke Ne di sini.